Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digital Handeln, einer Interview-Reihe, wo wir tolle, spannende Gäste für Sie interviewen und mit denen sprechen und schauen, was es so Neues gibt in der Welt des E-Commerce und alles, was dazugehört. Mein Name ist André Podein, ich bin Customer Engagement Manager bei der Firma ePages. Heute möchte ich anfangen mit einer kleinen Geschichte und zwar habe ich neulich versucht oder erfolgreich online etwas gekauft bei einem kleinen Online-Shop, wie sich das gehört, und habe das, wie ich das normalerweise mache, mit meinem PayPal-Account bezahlt und wechsle dann also auf die Bezahlseite von PayPal und ohne, dass mir das vorher im Shop angeboten wurde, stand da plötzlich, wollen Sie erst in 30 Tagen bezahlen. Das fand ich ganz spannend und habe mich natürlich ein bisschen damit auseinandergesetzt und kein Geheimnis, ich muss mich natürlich auch grundsätzlich beruflich mit diesem Thema öfter auseinandersetzen und habe festgestellt, dass das ein sehr, sehr wichtiger neuer Faktor geworden ist. Das Ganze nennt sich Buy Now, Pay Later, also jetzt kaufen, später bezahlen in der Fachsprache und hier reden wir davon, irgendwelche Möglichkeiten zu schaffen, damit der Verbraucher einen Zahlungsaufschub kriegt. Das kann natürlich auch als eine Art Rechnungskauf gesehen werden, wo man eine 14-Tage-Frist normalerweise hat. Also auf jeden Fall irgendeine Möglichkeit, jetzt zu kaufen, später zu bezahlen, ist wichtiger heutzutage als je zuvor, denn wir alle wissen, auch wenn die meisten Beschränkungen zum Thema Corona inzwischen aufgehoben sind, ist das natürlich etwas gewesen, was über die letzten mehr oder weniger zwei Jahre sehr, sehr viele Leute betroffen hat. Online-Käufe sind stark gestiegen in den ersten Monaten und Wochen der Krise, wenn wir die so nennen wollen, gehen inzwischen runter, weil es natürlich auch finanziell ein deutliches Mahnsignal war. Einige Leute einfach nicht mehr die gleiche Menge Geld zur Verfügung hatten wie vor Beginn der Krise und wir jetzt in einer Phase sind, wo die Leute natürlich trotzdem noch bestimmte Produkte brauchen oder wollen oder sich belohnen wollen in irgendeiner Form für zwei Jahre durchhalten. Und da ist natürlich etwas wie Buy Now, Pay Later sehr, sehr viel besser geeignet, als vielleicht jemanden sofort, in Anführungsstrichen, zum Bezahlen zu zwingen oder das als einzige Option anzubieten. Um möglichst präzise über dieses Thema hier heute zu reden, habe ich mir einen Gast eingeladen. Das ist der Chris Henke von Molli. Molli, großer Bezahldienstleister, mit dem wir sehr, sehr eng kooperieren und auch sehr, sehr gerne kooperieren. Und der Chris ist der Sales Lead für den deutschsprachigen Bereich bei Molli. Hallo Chris. Moin Moin und vielen lieben Dank für die Einladung, André. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns immer, wenn wir so hochkarätigen Besuch hier zur Verfügung haben. Sag mal kurz mit einem Satz, Molli, was habt ihr alles so im Portfolio? Welche Zahlmöglichkeiten gibt es alle bei Molli? Fast alle, die man sich vorstellen kann. Das sind über 25 Stück europaweit einsetzbar. Also ich sage mal, wenn ich im Onlinehandel tätig bin und in Deutschland, im deutschsprachigen Raum und in unseren Nachbarländern verkaufen möchte, aber auch gerne noch weiter international, haben wir eigentlich für jedes Land die richtige Bezahllösung parat. Aber sagen wir euch auch, wenn ihr zum Beispiel anfangt mit Zahlungsmethoden, die ihr gar nicht braucht, weil es nicht nur, weil es alles gibt, heißt es nicht, dass man auch direkt alles braucht. Das ist in der Tat so. Da haben wir oft auch Gespräche mit Händlern, die sagen, ja, ich weiß manchmal auch nicht, was ich brauche und was ich nicht brauche. Das ist natürlich auch super, dass ihr da so eine Beratung und auch ein Coaching bietet. Aber ich glaube, zum Einstieg ist es ganz sinnvoll, wenn wir dich, Chris, ein bisschen kennenlernen. Und du bist natürlich der Experte hier für Onlinebezahlung jetzt aus unserer Sicht, aber bist du auch Experte im Online-Einkaufen. Was hast du denn zuletzt online selber gekauft? Kannst du dich noch erinnern, was dein letzter Online-Kauf war? Also da kenne ich definitiv Leute, die stärker unterwegs sind, was das Online-Einkaufen angeht als mich. Also ich bin dann doch eher derjenige, der sich die Online-Shops dann beruflich anguckt und mich wahnsinnig gerne damit beschäftige. Der letzte Einkauf, du hast ja gerade so schön schon gesagt, große Online-Shops und kleine Online-Shops. Also ich glaube, der letzte große Online-Shop-Einkauf war direkt bei lego.de. Also da gab es eine sehr wunderschöne Lego Ritterburg, die ich mir leider zulegen musste, die auch sehr preisintensiv war. Wenn es aber um kleinere Online-Shops geht und vielleicht ein bisschen Special Interest, kann ich The All-American Sports Store sehr empfehlen. Ein kleinerer Shop auch hier aus dem Norden, wie man vielleicht bei mir auch hört. Ich komme hier auch aus dem Norden. Und da habe ich mir für die neu anstehende Football-Saison ein T-Shirt bestellt. Aha, okay. Also primär Hobby-Sachen, die du online dann kaufst. Bist du allgemein eher jemand, dann würdest du sagen, der lieber offline kauft? Also wenn du einkaufen gehen willst, jetzt nicht Lebensmittel, aber grundsätzlich Klamotten-Shopping oder Geschenke oder so. Bist du dann eher so ein Hands-on-Typ, obwohl du im E-Commerce unterwegs bist und sagst, ich gehe lieber in ein Ladengeschäft? Oder ist es bei dir so, dass du sagst, nein, also ich kaufe 80, 90 Prozent oder 70 online? Ja, definitiv, also definitiv mehr online als offline. Ich bin da, ich bin der Informationsjäger und Sammler. Also ich bin jemand, ich mache mir relativ intensiv Gedanken, gerade vor größeren Käufen. Und da hat ja so ein bisschen der stationäre Handel so ein bisschen die Herausforderung, dass da nicht immer unbedingt die Expertise da ist. Ich mache mich gerne auf mehreren Plattformen. Also da gibt es ja über YouTube und alles Mögliche. Da kann man sich ja Rezensionen durchlesen. Es gibt Special-Interest-Seiten, wo ich Nutzungsberichte mir durchlesen kann. Und tatsächlich ist es denn das, was ich mache. Und dann kommt es so ein bisschen darauf an, was es für ein Artikel ist. Also was ich gerne mache, ist online kaufen und lokal abholen. Dieses klassische Click & Collect, dass man wirklich auch nochmal das Gerät vorher in die Hand nehmen kann. Nochmal vielleicht irgendwie eine Frage an jemanden vor Ort stellen kann. Das mache ich durchaus. Aber ich glaube, wenn man sich in meine Bestellhistorie außer Lebensmittel anguckt, dann ist es wahrscheinlich eher 80, 90 Prozent online. Ja, ja. Du hast eben schon zwei Shops genannt. Würdest du auch sagen, lego.de ist dein Lieblingsshop? Oder gibt es einen Lieblingsshop, wo du sagst, also nicht nur wegen der Produkte vielleicht, die der führt, sondern auch einfach, weil der Shop dir als Shop oder als Shop-Plattform alles bietet, was du als Verbraucher hast? Keinen Disrespect Richtung Lego. Aber wenn es die Produkte nicht wären, ich glaube, dann wäre ich da auch nicht so auf Kunde. Also da ist noch definitiv Verbesserungspotenzial. Also ich muss sagen, welche Shops mir persönlich am besten gefallen, wo ich auch gerne bestelle, da kommen wir dann doch wieder in den Lebensmittelbereich tatsächlich. Das sind wirklich Koro und Reishunger. Und das ist nicht nur, weil die beiden auch bei Molly Kunde sind und ich auch persönlich mit denen da ganz gut in Kontakt war. Aber das sind wirklich Online-Shops, die verstehen, wie das Ganze funktioniert. Das ist vielleicht nicht perfekt, alles wunderschön, aber es ist halt wirklich alles auf die Customer Experience ausgelegt. Und ich finde, die Produkte, die ich suche, ich habe immer eine gute und transparente Kommunikation im Checkout und auch auf dem Weg dahin. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei mir geht Liebe definitiv durch den Magen. Deswegen sind Koro mit den ganzen Lebensmitteln und auch Reishunger. Ich bin da absolut auf den Reisgeschmack gekommen vor ein paar Jahren schon. Das catcht mich natürlich auch, muss ich ehrlich gestehen. Ja, das heißt, das ist auch, wenn du sagen würdest, was gehört zu einem guten Online-Einkauf dazu, sind das so die Stationen, wo du sagst, okay, der Shop muss gut funktionieren, der soll eine Emotion bei dir ansprechen und das soll natürlich auch reibungslos der Checkout sein. Das habe ich jetzt rausgehört schon so ein bisschen. Ist auch absolut richtig. Er soll mich vor allem auch nicht im Dunkeln lassen. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele Punkte, die, ich sage mal, Bezahlung, aber auch Versand, denn die Lieferbarkeit, also generell die Verfügbarkeit von Artikeln, das sind Dinge, die möchte ich gerne erfahren und wissen und mir nicht alles selber zusammensuchen müssen. Und ich bin auch ein riesengroßer Freund vom Next Best Offer. Also wenn das, hey, lieber Kunde, das, was du da gerade in deinem Warenkorb hast, an sich passt perfekt noch folgende Artikel mit dazu. Wenn das sinnvoll ist, finde ich das eine super tolle Sache. Natürlich, wenn ich mir jetzt zwei verschiedene Reissorten eingepackt habe und mir Reishunger vorschlägt, hey, die Soße schmeckt dazu perfekt, dann ist das etwas, was ich mir durchaus überlege. Wenn ich aber, da gibt es ja auch andere Beispiele von gerade ganz großen Online-Shops, die sagen, oh, du hast hier zwei Reissorten mit in den Warenkorb gepackt, brauchst du nicht auch noch eine Regenjacke? Wo ich sage, nee. Selbst wenn ich sie jetzt gebraucht hätte, aber nach dem schlechten Marketing-Versuch definitiv nicht. Ja, macht absolut Sinn. Aber gehen wir doch mal ein bisschen in die Materie rein. Was man immer wieder liest in vielen Untersuchungen, wenn es um Online-Bezahlen und so weiter geht, ist, ich habe jetzt gerade vor kurzem von Statista, was ja eine gute Datenquelle eigentlich immer darstellt, gesehen, über 70 Prozent aller Leute, die in einem Online-Shop unterwegs sind, verlassen vor Kaufabschluss den Shop. Das heißt, also kaum ein Shop hat jetzt mehr als 30 Prozent der Leute, die den Shop besuchen, die überhaupt den Checkout starten und noch weniger wahrscheinlich den vollenden. Inwiefern glaubst du, dass hier auch Bezahlung reinspielt? Ist ein Faktor. Sicherlich nicht die Entscheidung per se, weil am Ende des Tages, ich werde mir kein Produkt kaufen, nur weil die richtige Zahlungsmethode da ist. Aber, also das, was aber natürlich sein kann, ich habe mir ein Produkt ausgesucht, habe mich da vielleicht längere Zeit mit beschäftigt und dann ist ja die Bezahlung das Einzige, was noch so ein bisschen im Weg steht, weil eigentlich möchte ich das Produkt, ich möchte es haben, ich möchte es nicht kaufen. Niemand kauft etwas für den Bezahlvorgang, sondern dafür, dass ich es am Ende auch wirklich bei mir zu Hause habe. Das heißt, die Aufgabe nicht nur von uns als Molly, sondern von jedem Zahlungsdienstleister ist, das so einfach wie möglich, so schnell wie möglich und vor allem auch so reibungslos wie möglich zu machen. Und ich glaube, da, wenn ich in den Checkout gehe, dann erwarte ich die schnelle, einfache Zahlungsabgelegung, wie ich das bei anderen großen Online-Shops auch kenne. Das heißt, One-Click-Checkouts, wo ich dann nicht auch noch weitergeleitet werde, um mir da dann meine Daten alle einzugeben, weil, also da gibt es tolle Anbieter, aber wenn ich meine Daten einfach nur auf einer anderen Seite eingebe, habe ich auch nicht so richtig was gewonnen. Also ich bin wirklich ein riesiger Fan von, einmal muss ich die Daten abfragen, weil ich kann mir natürlich nicht die Kreditkartendaten oder Ähnliches ausdenken, aber spätestens, wenn der Kunde ein zweites Mal in meinen Checkout kommt, dann frag mich doch einfach, hey, gleiche Zahlung, same procedure as every year und genau so möchte ich es dann auch haben und dass es einfach wahnsinnig schnell und reibungslos abläuft. Ja, bin ich ganz bei dir. Ich glaube, das ist ein Punkt, warum auch so viel bei Amazon gekauft wird, nicht nur, weil die so eine riesen Palette haben. Ich sage immer, weil niemand bei Amazon was kauft, sondern nur bestellt, weil der Schritt Bezahlung ja komplett wegfällt, weil das ist ja komplett hinterlegt. Du musst dein Kundenkonto haben bei Amazon und du legst es einfach in den Warenkorb und sagst, jetzt bestellen, mehr oder weniger, und musst nichts machen. Also guckst vielleicht nochmal kurz, ist das die richtige Lieferanschrift, aber noch einfacher geht der Prozess nicht. Auf der App kann ich einfach mit einem Swish sagen, ja, hier, kauf mir das oder bestell mir das. Und ich habe halt gar nicht mehr das Gefühl, dass ich Geld ausgebe, glaube ich. Und das ist in einem Online-Shop ja mit Sicherheit, soll dieser Schritt ja so reibungslos wie möglich sein. Was ist, vielleicht um das mal kurz klarzumachen, Molli ist ein Zahldienstleister. Wenn ich mit PayPal bezahlen möchte, geht das auch über Molli. Wenn ich mit anderen Bezahlmethoden, du hast gesagt, ihr habt über 25, bezahlen möchte, geht das auch über Molli. Was ist der Unterschied zwischen PayPal direkt und PayPal über Molli? Um es mal möglichst simpel zu starten, vielleicht das Thema. Du sagst jetzt, möglichst simpel zu starten. Das ist natürlich wie alles im E-Commerce. Man kann es natürlich ganz einfach runterbrechen oder auch ganz, ganz kompliziert betrachten. Also im Kern ist natürlich PayPal eine Zahlungsart. Also ja, PayPal bietet ja inzwischen auch Payment Services drumherum an mit ihren verschiedenen Produkten. Aber deren Haupt- und Kerngeschäft, würde ich sagen, ist diese Zahlungsart PayPal, die sie einfach anbieten. Die, den B2B, B2C, C2C, die Zahlungsabwicklung, die da einfach stattfindet. Und die haben sich als Extraprodukt noch so ein bisschen was drumherum gesucht. Wir haben uns dieses Drumherum, dieses Full-Service, Payment-Service-Providing, das ist so das, was wir uns als Hauptaufgabe gemacht haben. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass ich mit dem Wunsch, verschiedene Zahlungsarten im Online-Shop anzubieten, zu Molli kommen kann. Und ich sag mal, um bei Molli arbeiten zu können, brauche ich einen Online-Shop, Personalausweis, einen Handelsregisterauszug oder eine Gewerbeanmeldung und einen PayPal-Account. Und um den ganzen Rest, alles, was so Integration, Plug-ins angeht, Klana, Apple Pay, Visa, Mastercard, American Express, das sind alles Themen, wo wir fertige Verbindungen in der Schublade haben, die wir einfach nur rausholen müssen, anstecken müssen. Und das vor allem nicht mit dem Fokus darauf, das Geld von A nach B zu bringen, weil dafür gibt es ja diese Zahlungsarten, die sich darum kümmern. Sondern wir kümmern uns halt um den Full-Service drumherum. Das heißt, ein tolles Plug-in, eine einfache Integration, einen einheitlichen Buchhaltungsprozess, der dahinter steht. Was mir ehrlich gesagt noch viel, viel wichtiger ist, ist auch das Thema so Beratung. Also das, was ich eingangs schon mal gesagt hatte, was ergibt für mich hier gerade Sinn und was geht vielleicht auch über das Normale hinaus. Und dann auch noch die Checkout-Experience, weil genau das, was du gerade gesagt hast, Conversion ist ein riesengroßes Thema. Viele Kunden geben wahnsinnig viel Geld dafür, aus Traffic auf ihre Website zu bekommen, dann den Weg zur Bestellung so zu optimieren, dass es bestmöglich läuft. Wenn ich dann aber die graue Bezahlpage von dem einen oder anderen Zahlungsdienstleister auf einmal noch mit dabei habe, dann mache ich mir vielleicht viele Dinge kaputt, die ich mir vorher teuer aufgebaut habe. Und da ist unsere Mission, dass sowas nicht passiert. Ja, bin ich ganz bei dir. PayPal Checkout ist ja jetzt relativ neu. Vorher gab es in Deutschland zumindest das PayPal Plus-Produkt, wo dich dann ja auch Lastschrift zum Beispiel über PayPal abwickeln konnte. Und wo ich zumindest, auch selbst im Freundeskreis bei mir, jeder mal sagte, oh, ich wollte neulich mal irgendwie was per Lastschrift kaufen. Und plötzlich war ich auf einer PayPal-Seite. Was ist das denn komisches? So, André, du kennst dich doch aus im E-Commerce. Wie passiert das denn? Und ich so, ja, weil das eine PayPal-Dienstleistung ist. Ja, aber im Shop stand Lastschrift. Ja. Ja und nein. Es ist eine PayPal-Dienstleistung. Und bei euch ist das, glaube ich, ja noch mehr. Ich wähle vielleicht im Shop, keine Ahnung, habt ihr Ideal, glaube ich, auch? Ja, Ideal, international. Genau, also da sind wir auch ganz international aufgestellt. Das heißt, ich wähle das ja als Zahlungsart im Shop aus und sage, oh, ich möchte mit dieser Bezahlart bestellen, weil ich halt, keine Ahnung, Holländer bin. Und das ist halt meine Ideal. Ist ja super populär in den Niederlanden zum Beispiel. Und wähle das aus. Und dann habe ich halt ein nahtloses Ding, ohne dass jetzt plötzlich irgendwie so eine Hürde kommt. Genau. Und eine Sache, die da auch mir noch ganz wichtig ist, ich möchte jetzt nicht PayPal irgendwas unterstellen, aber man könnte durchaus vermuten, dass sie auf der Agenda stehen haben, dass sie vielleicht neue Kunden für ihr PayPal, natives PayPal-Zahlungsartenprodukt dazu gewinnen wollen. Das heißt, Leute, die sagen, nee, ich möchte mit Absicht nicht PayPal benutzen, sondern Kreditkarte, Lastschrift oder Kauf auf Rechnung, werden natürlich, oder es wird versucht, sie zu verleiten, einen PayPal-Account zu erstellen. Wir sind an dem Endkunden als Molli nicht interessiert. Wir sind daran interessiert, dass die Endkunden ein tolles Payment-Erlebnis oder Checkout-Erlebnis haben. Aber es gibt keinen Molli-Account, den ich als Endkunden erstellen kann. Wir wollen von den Daten an sich so wenig wie möglich wissen. Wir brauchen natürlich einmal die Kreditkartendaten oder die Bankdaten, damit wir auch die Zahlungen abwickeln können. Aber alles darüber hinaus, der Kunde sieht nichts von uns, er hört nichts von uns, er liest nichts von uns. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich möchte gerne weiterhin mit meinem Molli-T-Shirt durch die Stadt gehen und nur von Händlern und nicht von Endkunden erkannt werden. Sehr gut. So wie du das jetzt beschrieben hast, das klingt ja alles sehr, sehr schön. Aber was kostet das denn? Also was ich halt raushöre ist, ihr habt ganz viele Bezahlmethoden im Portfolio. Jede Bezahlmethode oder jede bezahlte Dienstleister, der einzeln für sich steht, ob das jetzt GiroPay oder Ideal oder PayPal oder wer auch immer ist, die haben ja ein gewisser Gebührensatz. Bei euch kommt jetzt nochmal ein zusätzlicher Service dazu. Ich unterstelle euch jetzt mal, den muss ich ja vermutlich bezahlen. Ja, definitiv. Also ich kann auf jeden Fall nicht sparen, indem ich Molli nutze oder gibt es da doch einen Weg? Also natürlich gibt es nicht die eine Antwort, weil das ist natürlich eine sehr individuelle Frage. Und da ist immer so ein bisschen Sparen, es kommt ein bisschen darauf an, weil natürlich kann ich es am Ende des Tages, habe ich die eine Möglichkeit, zu jedem Zahlungsdienstleister, zu jeder Zahlungsart einzeln hinzugehen, einen eigenen Vertrag zu machen. Da tauche ich dann aber immer nur mit einem Teil meines Umsatzes auf. Also das heißt, lieber Kreditkartenanbieter, ich mache hier 10% meines Umsatzes. Lieber Rechnungskaufanbieter, ich mache 20% meines Umsatzes. PayPal, hier sind knapp 40, 50, 60% meines Umsatzes. Und der ganze Rest splittet sich sogar noch kleiner auf. Zu Molli kann ich ankommen und sagen, hey, hier sind übrigens 100% meines Umsatzes, bündel das doch einmal und schau doch mal, was du mir da für ein schönes Gesamtpaket schnüren kannst. Da sind wir sogar häufig, nicht immer, das ist natürlich immer eine Einzelfallbetrachtung, können wir günstiger sein, als wenn ich zu jedem Anbieter einzeln gehe. Und wenn ich mir dann sogar noch das Thema Total Cost of Ownership, das ist so ein wunderschön dengischer, ja, so ein Buzzword würde ich sogar fast nennen. Aber es ist einfach wahr. Wie viel bezahle ich denn hinten drum für die Integration? Also muss ich sechs verschiedene Plugins verwalten? Muss ich sechs verschiedene Zahlungsströme verwalten? Und wenn der Customer Support mal eine Frage hat, muss ich denn mit der einen Transaktion hier anrufen, mit der nächsten Transaktion da anrufen? Oder dann habe ich mir einfach den Hörer, sag, moin Molli, ich habe da mal zwei, drei Fragen und kann das einfach alles in einem Abwasch klären. Das kostet natürlich auch total viel Geld und Zeit. Absolut. Also ich glaube, ein konstantes Thema, was ich immer und immer und immer und immer und immer wieder höre, von jedem Händler, mit dem wir sprechen, ist, ich habe doch keine Zeit, das zu machen oder das zu machen oder das zu machen. Und du sagst, oh, wir machen mal so einen kleinen, ich gebe dir mal fünf kleine SEO-Tipps. Ja, aber wann soll ich denn eine 500-Wort-Produktbeschreibung machen? Ich habe doch keine Zeit dafür. Ich habe doch keine Zeit hierfür oder dafür. Und ich glaube, halt Zahlungen hinterher rennen oder mit Zahlenanbietern telefonieren und Support abwickeln. Und wer ist zuständig? Und das ist natürlich ein Schuh, den sich jeder Dienstleister anziehen muss, dass das immer mal passiert, dass Zuständigkeiten hin und her geschoben werden. Aber in dem Fall, egal womit der Kunde in dem betroffenen Online-Shop-Dates vielleicht Molly-Nutz bezahlt, solange das eine Bezahlart ist, die über euch angeboten wurde, ruft er Molly an und Molly liefert. Das ist zumindest auf der Seite, die ihr abwickeln könnt. Wenn es ein Shop-Problem ist, klar, müsst ihr zum Beispiel bei uns anrufen. Aber wenn es ein Bezahl-Problem ist, ruft er euch an und ihr löst das, egal, welche Zahlart das betrifft. Ja, und du sagst gerade auch absolut richtigerweise, solange die Zahlungsart über Molly läuft, wir haben die Erfahrung, dass natürlich Kunden sagen, okay, ich habe ein gewisses Setup und davon möchte ich erst mal Teilbereiche durch Molly ablösen lassen, mache aber vielleicht noch die eine oder andere Zahlungsart separat. Da merken wir das dann häufig, dass die Kunden trotzdem bei uns anrufen und sagen, liebes Molly, ich weiß, ihr macht das eigentlich nicht, aber könnt ihr mir vielleicht trotzdem helfen, weil wir haben ein Service-Level, also eigentlich gibt es bei uns immer innerhalb von 24 Stunden Rückmeldung per Mail, per Chat und per Telefon sogar sofort. Das ist ein Service-Level, da können sich die meisten unserer Mitbewerber nicht unbedingt brüsten und da sagen sich viele Leute auch schon, jetzt gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit, dass wir helfen können und ja, wir kennen uns natürlich generell gut aus im Markt und wissen auch, wo man ungefähr mal hingehen kann. Das heißt, wir helfen darüber hinaus, aber fürs nächste Mal wünschen wir uns dann doch schon, dass die Zahlungsart, Zahlung auch initial über uns gelaufen ist, damit wir auch unseren Support leisten. Das macht absolut Sinn, sehr, sehr gut. Für alle, die sich mehr informieren wollen, wenn es um Molly geht und bevor ich das vergesse, möchte ich es auf jeden Fall erwähnt haben, wir haben Stand August 2022 einen sehr neuen Blogartikel, den wir in Kooperation mit Molly verfasst haben, zum Thema E-Pages und Molly. Hier kann man sich sehr intensiv informieren, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile, wenn das jemand nochmal nachlesen möchte. Jeder nimmt ja Informationen anders wahr und manche schauen einfach lieber auf gedruckte Buchstaben oder Buchstaben auf einem Screen oder Bildschirm. Und da haben wir auf jeden Fall einen tollen Artikel zum Thema E-Pages und Molly und der Kooperation mit Molly, die wir gerade auch als E-Pages stark ausgebaut haben. Außerdem gibt es natürlich noch viele andere Themen hier in der Reihe Digital Handeln, die Sie alle auf YouTube finden wollen. Eine Frage noch für, oder ein oder zwei Fragen noch für dich, Chris, ist, was kann denn der Bezahldienstleister machen, damit ein Shop erfolgreicher wird? Das heißt, wie kann ich mehr Kaufanreize setzen? Was ist wichtig in der Abwicklung nach dem Kauf jetzt als Händler? Warum ist es gut, hier mit einem kompetenten Partner wie euch zusammenzuarbeiten? Also wie würdest du bewerten, wie wichtig das ist im Gesamterfolg des Shops? Also dadurch, dass ja niemals eine erfolgreiche Bestellung ohne erfolgreiche Zahlung abgewickelt werden kann, ist es schon wichtig. Ich möchte uns und unsere Rolle dabei auch nicht überbewerten. Da gibt es, was ich vorhin schon einmal kurz gesagt habe, ein schlechtes Produkt mit zwei Jahren Lieferzeit und 50 Euro Versandkosten wird auch der richtige Payment-Anbieter nicht retten können. Aber wo wir natürlich unterstützen können ist, habe ich das richtige Zahlungsportfolio für meine Zielgruppe. Also das heißt, da wo ein guter, ein richtig guter Zahlungsdienstleister sich unterscheiden kann und zu anderen ist das Gespräch und die Beratung. Das heißt, wir gucken uns an, lieber Kunde, was ist deine Zielgruppe? Vielleicht auch zu schauen, okay, das ist das, was wir denken, was deine Zielgruppe ist und das ist das, was du uns sagst, was deine Zielgruppe ist. Und dann können wir dir daraufhin sagen, ob du dafür das richtige Zahlungsartenportfolio hast. Also Klassiker ist, ich expandiere in deutsche Nachbarländer und auch in den nicht deutschsprachigen Raum und sag mir, naja gut, Kreditkarte, Paypal funktioniert weltweit. Das heißt, da kann ich auch, wenn ich in die Niederlande, Belgien, Frankreich gehe, werde ich damit auf jeden Fall erfolgreich sein. Bis zum gewissen Grad stimmt das sicherlich auch, wenn man sich dann überlegt, dass die Zahlungsart Ideal, die du gerade schon angesprochen hast, in den Niederlanden, eine Marktdurchdringung von so 70, 80 Prozent hat, also noch stärker ist als Paypal in Deutschland oder in Belgien, Bankkontakt ein riesen wichtiger Punkt ist, in Frankreich die Cardboncare. Wenn ich das nicht weiß und nicht anbiete, dann verkraule ich mir einfach meine Kunden, weil die sich sagen, ja okay, jetzt müsste ich mir erstmal noch irgendwie noch einen Account machen irgendwo oder ich muss in den Umweg gehen, damit ich das Ganze bezahlen kann. Das machen die wenigsten, wenn das Produkt nicht so einzigartig und so grandios ist, dass es auch anders geht. Also ein schönes Beispiel ist da Wacken, die sich sagen, unsere 65.000 Tickets, die verkaufen wir auch ohne Paypal. Ich glaube einer von zehn Händlern, die sich noch erfolgreich gegen Paypal wehren können, weil sie es möchten. Aber für alle anderen muss ich die richtige Zahlungsart anbieten für den richtigen Kunden. Und wenn ich das nicht schaffe, werde ich wahrscheinlich auch mein Produkt nicht so erfolgreich verkaufen, wie ich vielleicht könnte. Absolut. Ich glaube, da ist es auch heutzutage natürlich, wo insgesamt einfach viel, viel mehr gekauft wird online, ist es ja dann auch irgendwann ein Erfahrungswert, der sich beim Verbraucher niederschlägt. und jeder, der in einem Shop, sage ich mal, in dem gleichen Shop, dreimal was kauft, jedes Mal mit Paypal bezahlt und guckt, wann von dem Moment an, wo ich die Bezahlung leiste, bis zu dem Punkt, wo das Produkt bei mir dann im Haus ist, wie lange hat das gedauert, und probiert dann mal, das per Vorkasse zu kaufen und guckt mal, wie viele Tage das plötzlich länger dauert, weil auch glaube ich hier so ein bisschen, dass auch immer noch so ein großes Fragezeichen-Thema ist. Ich hatte das neulich tatsächlich, ich war irgendwie nicht zu Hause und da ich zu Hause natürlich über meine Browser, meine ganzen Passwörter speichere und so und ich wollte von irgendwo was bestellen und der Shop wurde irgendwie furchtbar auf dem Handy angezeigt, das heißt, ich musste an den Desktop von einem Freund gehen und bei dem kurz sagen, komm, das bestellen wir schnell und ich wusste auf Teufel komm raus, mein Paypal-Passwort nicht und ich so, ja, dann machen wir das per Vorkasse und dann überweise ich das kurz am Handy direkt per Echtzeitüberweisung an diesen Shop. Das heißt, in dem Moment, die Vorkasse-Mail kommt bei mir an, ich gehe da rein und fünf Minuten später ist es überwiesen. Zwei Tage später bekam ich dann die Bezahlbestätigung von diesem Shop, der dann wahrscheinlich gesehen hat, da hat jemand per Vorkasse bezahlt, das dauert ja x Stunden, bis das Geld da ist und das ist halt natürlich heute auch nicht mehr so, also nicht bei jeder Bank zumindest, also da, wo es Echtzeitüberweisungen gibt, ist das weg und das ist, was du gerade angesprochen hast, ist halt Expertise, die ja manchmal auch da, sag ich mal, wo soll der Händler die ganze Zeit hernehmen, sich mit jedem Thema sagt. Oder das Ganze vielleicht noch einen Schritt weiter gedacht ist, ist das Thema Retoure, weil das ist so der Moment, wo ich sage, das ist natürlich für Händler immer ein etwas blödes Thema, weil Retoure bedeutet meistens, dass vielleicht entweder im Fashion-Bereich wurden einfach verschiedene Größen bestellt oder es hat gerade mit der Transaktion irgendwas nicht so richtig gut funktioniert oder es hätte einfach besser laufen können. Das heißt, der Kunde braucht sein Geld wieder zurück und wenn ich dann da stehe beim Thema Überweisung, okay, ich habe irgendwie so eine Sammelbuchung, die einmal die Woche rausgeht und dann kriegt jeder Kunde sein Geld wieder zurück, da sind wir bei den Jahren 2022 so weit, dass die Zahlungsart, Zahlung auch wieder auf die Zahlungsart gut geschrieben werden musste, mit der auch bezahlt wurde und ich habe es gerade letztens erst gehabt, ich habe ein Paket bestellt bei einem sehr, sehr großen deutschen Online-Shop, der auch zu einer noch größeren Gruppe gehört und das Paket ist völlig zerdelt angekommen, also beziehungsweise der Umkarton war top, aber das Paket innerhalb dieses Kartons war kaputt, das heißt, ich habe das Ganze retourniert, habe es auch am gleichen Tag noch direkt wieder zur Packstation gebracht, das wurde abgeholt, ich habe eine Empfangsbestätigung, glaube ich, nach zwei, drei Tagen bekommen, mit einer Info, hey, lieber Kunde, dein Paket ist angekommen, die Retoure, der Refund des Geldes kann jetzt noch so bis 14 Tage dauern. Ich habe jetzt natürlich den unfairen Wettbewerbsvorteil, ich weiß, was im Hintergrund passiert, ich weiß auch, was bei solchen großen Kunden im Hintergrund passiert und im Normalfall darf das nicht so lange dauern und da, also in dem Moment, wo ich meine Prozesse sauber aufgegleist habe, mich mit Partnern umgebe, die auch wirklich, es muss ja nicht Stunden aktuell sein, ich meine, du redest ja gerade mit dieser Echtzeitüberweisung vom absolut Best-Case-Szenario und da gibt es auch Lösungen für, aber mir hätte es als Endkunde auch gereicht, wenn sie mir sagen, das kann bis zu 48 Stunden dauern, da wäre ich voll an Bord gewesen, da wäre auch, glaube ich, jeder hinterher, also das kann jeder verstehen und nachvollziehen, aber 14 Tage, das fand ich dann, fand ich sehr, sehr wild und da ist aber wirklich das Thema, wenn ich mich nicht mit den richtigen Partnern umgebe, wenn ich vielleicht nicht die richtige Tech-Struktur habe, was bei so einem riesen Online-Shop natürlich auch, also wenn ich da bei einem riesen Online-Shop meine Systemarchitektur umstellen möchte, das dauert Monate, Jahre, Jahrzehnte, wenn ich aber jetzt über uns hier in diesem Kosmos über kleinere, agilere Händler spreche, die vielleicht nicht ganz so viel Zeit und Budget zur Verfügung haben, aber wahnsinnig viel Flexibilität und genau da ist unser Vorteil, wo wir alle gemeinsam daran arbeiten können, vielleicht den ganz, ganz Großen nochmal einen Euro oder zwei wegzunehmen. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, glaube ich, zu dem Thema auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind auch mit der Zeit ungefähr an dem Punkt, wo wir immer ganz gerne angelangen wollen oder hinkommen wollen. Ich glaube, wir haben spannende Sachen gehört über Molly. Ich persönlich kann auch Molly nur empfehlen, viele Händler wissen es vielleicht, die hier zuhören. Ich manage auch die ePages-Community auf Facebook und da gibt es fast nur lobende Worte für die Händler, die Molly nutzen, was sehr schön ist auch immer, dann natürlich mit solchen Partnern so ein Gespräch führen zu können, wenn man schon weiß, die sind tatsächlich sehr, sehr populär. Absolut. Und vor allem, wenn man sich da auch noch ein bisschen schlauer machen möchte und vielleicht auch noch gar nicht mit jemandem darüber reden möchte, aber du hattest es ja gerade schon gesagt, euer ePages-Blog, auch bei uns auf der Website molly.de oder .com bietet auch alle Informationen, die ihr braucht, selbst wenn ihr euch einfach völlig, also noch gar nicht mit jemandem darüber sprechen möchtet, weil nicht jeder hat gleich Lust auf irgendeine Art von Verkaufsgespräch und das müsst ihr auch auf keinen Fall, sondern ihr könnt euch einfach bei ePages oder bei uns auf der Website schlau machen, alles in Erfahrung bringen. Und wenn ihr dann doch Fragen habt, vielleicht nicht nur André und ich, glaube wir beide zu zweit schaffen, nicht, aber wir haben ja zum Glück ganz viele liebe, nette KollegInnen, die da wahnsinnig gerne weiterhelfen. So sieht es aus. Super. Chris, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Wir haben immer noch ungewöhnlich warmes Wetter hier im Norden. Ich sitze hier in Hamburg, du sitzt in Kiel. Es ist schon ein bisschen ungewöhnlich, was hier gerade wettermäßig passiert. Wir wollen mal nicht klagen. Als Norddeutscher hat man gelernt, nie über das Wetter zu klagen. Also ich kenne das doch im Sommer. Ich kenne das doch, der Sommer ist dann, wenn der Regen warm wird. Also da können wir dieses Jahr definitiv uns nicht beschweren. Das stimmt, das stimmt. Aber was wir halt auch wissen ist immer, morgen könnte es wieder warmer Regen sein, statt einfach warmes Wetter. Von daher schauen wir mal, was passiert. Vielen Dank an alle, die zugehört haben oder zugeschaut haben oder sich das in einer Kombination aus allen Sinnen gegönnt haben. Hier das Interview. Es gibt viele neue spannende Themen in der Zukunft. Es gibt noch viele Aufzeichnungen schon durchgeführter Interviews. Hört überall rein. Und bis zum nächsten Mal. Danke nochmal an, Chris. Sehr gerne. Ciao. Ciao.